Cheers an der Stelle Leute, der doppelte Espressi, er darf nicht fehlen, diesmal übrigens ein ganz besonderer, mehr will ich allerdings nicht spoilern und ich möchte beginnen und einfach mal Danke sagen für die Resonanz auf die letzte Folge. Er hat mich gefreut, dass das Thema KI so gut bei euch ankommt, also dass auch so viele Leute beispielsweise bei YouTube in den Kommentaren am Start waren, auch echt so Diskussionen geführt haben und rede ich auch immer so an. Also dieser Podcast, seht den gerne so als, sag ich mal, Inspiration oder um vielleicht auch ein Thema anzuwerfen, aber ich selber bin gerade bei diesem Thema genauso wie ihr jemand, der neu beginnt, der sich reinfuchst, der lernt, wenn ich irgendwelche Fehler mache oder ihr Vorschläge habt. Mir hat zum Beispiel auch ein User, ich habe leider den Namen gerade vergessen, auch einige Chrome Extensions zum Thema ChatGPT zugeschickt und so weiter bei Instagram, macht das gerne, also lasst da gerne in den Austausch gehen, denn ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Wir reden heute nochmal über Geldverdienen mit künstlichen Intelligenzen, aber ich möchte so ein bisschen versuchen, den Blickwinkel zu ändern. Ich habe mich jetzt eine Woche echt intensiv damit beschäftigt und ich muss sagen, mir macht es unglaublich Spaß, also ich finde GPT-4 ist, ja, wenn man da so ein bisschen drin ist, echt sehr, sehr faszinierend. Also sehr viele OH-Effekte gehabt, sehr viele AHA-Effekte und ja, immer wieder von neuen irgendwie Ideen gehabt, neue Prompts, neue Eingaben, die zu irgendwas geführt haben, wo ich vorher einfach nicht dachte, dass man die KI dazu kriegt. Auch hier, sei mal erwähnt, GPT-4, super gutes Keyword bei Twitter, immer mal gucken, was machen die Leute, was geben die Leute für Prompts ein, die teilen da halt ihre Ergebnisse. Ist auch gut, wenn man vielleicht nicht zahlen will oder aber wenn man sagt, okay, ich möchte einfach so ein bisschen sharen und möchte halt gucken, wie andere Leute eine Sicht darauf haben. Das heißt, einmal einen kleinen Perspektiven-Switch innerhalb des Geldverdienens, weil ich glaube, viele suchen den Shortcut und ich habe das Gefühl, dass dieser Shortcut in einigen Gebieten, werde ich auch gleich alles mal benennen, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, übersättigt ist, aber ich denke, vieles funktioniert sogar jetzt schon nicht mehr oder wird zumindest in kürzester Zeit einfach nicht mehr wirklich profitabel sein. Viele Dinge werden gemacht zur Show, also für Showzwecke, gerade hier auf YouTube sehe ich viele dieser Videos und ich will versuchen, den langfristigen Gedanken so ein bisschen reinzukriegen, weil ich selber jetzt eine Woche eben damit gearbeitet habe. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht groß verändert, was ich sonst so mache, sondern ich habe versucht, eher die künstliche Intelligenz als Tool zu sehen, als ein Assistent und ich glaube, dass das auch langfristig eher der Use Case sein wird. Das heißt, einmal sprechen wir darüber, langfristig Geld verdienen, kurzfristig, was macht vielleicht noch Sinn, was eher nicht und dann will ich euch einfach auch so ein paar Erweiterungen, so ein paar Add-ons, ein paar Hacks an die Hand geben und auch einen Ausblick, was alles kommen wird in naher Zukunft. Also es wird eine Folge, morgen Abend, 19 bis 21 Uhr, wenn ihr noch nichts vorhabt und wenn ihr noch mehr zum Thema KI sehen wollt, checkt gerne den Link in der Videobeschreibung ab. Wir machen einen Workshop, wo es darum geht, wie man Content für Social Media kreiert oder beziehungsweise wie man die KIs dafür nutzen kann. Ich kann euch sagen, das Ding wird auch echt krass, weil ich zeige viel von meinen Socials, von den letzten Shorts, die wir gemacht haben und so weiter. Also meldet euch gerne an, ist komplett kostenfrei. So, jetzt gehen wir allerdings rein. Also, ich denke, dass, wenn ich mir das hier so anschaue, der aktuelle Status von KI ist, dass, KI gibt es schon ewig, okay, gibt es viele, viele Jahre, aber es kam halt zu uns durch die Zugänglichkeit, also durch den Dialog, durch den Chat. Das hat irgendwie KI alltagstauglich gemacht. Ich habe auch so bei Instagram ein, zwei Kommentare gelesen, da hat einer gesagt, ja, ist das irgendwie so ein neues Ding oder warum redet ihr darüber? Es ist tatsächlich nicht unbedingt ein neues Ding. Das Neue ist eher die Zugänglichkeit. Also vorher war das auch schon für Leute in diesem Themenfeld vorhanden. KIs sind auch in vielen anderen Dingen, indem wir mal Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, ist natürlich auch eine Form von KI. Aber diese KI ist irgendwie so diese, die am ehesten menschlich wirkt, weil du sitzt hier und du hast das Gefühl, du chattest mit einem Menschen, der sehr viel weiß. So, um es mal ganz plump zu sagen. Das heißt, extern, also nach außen hin die Zugänglichkeit und intern, was einfach Chat-GPT 3, 3, 5 und 4 verändert hat, ist das Thema Vernunft, Argumentation. So, das ist eigentlich das große Keyword. Vernunft heißt, wenn du jetzt bei Google etwas eingibst, du suchst bei Google beispielsweise vegane Rezepte. So, ich sage jetzt von heute auf morgen, ist sehr unwahrscheinlich, ich möchte vegan leben. Ich gehe zu Google und sage, schreibt mir, sagt mir Rezepte für vegane Gerichte. So, dann kriege ich haufenweise vegane Gerichte. Überhaupt kein Problem. Auch nicht erst seit gestern, sondern es funktioniert seit Jahren so. Nur, was ich nicht bei Google machen kann, ist beispielsweise Google-Informationen von mir geben und spezifisch auf diese Information oder von diesen Informationen ausgehend mir weitere geben. Das ist schwer, weil Google ist ein reines Suchen nach Infos und das macht Google super. Aber die KI bringt Zusammenhänge, stellt Kausalitäten her. Die KI geht sogar so weit, dass sie auf einer Metaebene Witze verstehen. Also das Thema Humor und Witze verstehen, dafür muss man ja erstmal den Sachverhalt erkennen, verstehen und dann auf der Metaebene nochmal verstehen, wie dieser Sachverhalt gerade im Witz sozusagen karikiert wurde. Und das ist schon ein, das können viele Leute, mit denen ich rede nicht, wo ich dann immer sowas sage wie, ja, du bist irgendwie humorbehindert oder Leute, die keinen Sarkasmus verstehen. Schwierig. ChatGPT versteht Sarkasmus teilweise. Das ist eigentlich so zusammengefasst der aktuelle Stand. Also Vernunft, Argumentation und auch so dieses, wir haben den Dialog. So, du nimmst von mir Infos, du basierst sozusagen deine Antworten auf dem, was du bekommst. So. Was bisher aber versucht wurde, wenn ich jetzt auch gerade mal hier bei YouTube, ich habe die Seite offen, mir anschaue, Geld verdienen mit ChatGPT. Ich kann es, ich habe diese Videos alle angeguckt und ich kann es euch mal so zusammenfassen. Das ist, es wurde ein Buch, also man hat ChatGPT ein Buch schreiben lassen, hat es bei Amazon verkauft. Martin Frost, Grüße gehen raus, Bruder, war einer der ersten, der so ein Video gemacht hat. Dann hat man versucht auf Fiverr oder Upwork, bestimmte Dienstleistungen, die offensichtlich von der KI oder von der KI in dem Fall ersetzt werden können, zu verkaufen. Ist moralisch eh bedenklich. Wenn du sagst, ich zum Beispiel bin ein guter Übersetzer und lässt es dann die KI machen. Na ja, da muss halt jeder für sich selber. Und das wurde halt auch versucht, beziehungsweise dann einen Schritt weiter, jetzt auch bei der Vierer-Version. Ich habe ja letzte Woche auch über dieses Thema Prompts und ich habe die KI zu einer Geldgierigen gemacht. Wenn ihr die Folge nicht angesehen habt, schaut sie euch gerne an. An dieser Stelle hoffe ich, dass wir auch ein paar Screenshots vielleicht nochmal einblenden können. Wollte ich auch nochmal nachtragen, weil tatsächlich war drei Tage lang diese History einfach down. Also wir zeigen euch, wenn das funktioniert, an dieser Stelle einfach mal ein, zwei von diesen Screenshots. Dann habe ich versucht, die KI zu einer Geldgierigen zu machen und habe gesagt, was soll ich machen, um schnell Geld zu machen. So und diese Punkte, die die KI mir dort gibt, die funktionieren. Das ist zum Beispiel ein Workshop, Affiliate-Marketing, Dropshipping. Es gibt auch einen bei Twitter, der hat diese ganze Journey sozusagen ausprobiert. Und am Ende des Tages hat er aber mehr Geld und jetzt kommt der springende Punkt, mit Investoren gemacht, die in sein KI-Business investiert haben, weil er diese Journey dokumentiert hat, als wirklich mit den Sachen an sich. Und das zieht sich durch jedes einzelne YouTube-Video, was ich so gesehen habe. Also ja, wenn du jetzt ein Buch damit schreibst und du stellst es bei Amazon rein, das ist cool. Und es kann auch sein, dass zehn Leute das kaufen, aber du musst überlegen, um dieses Buch fertig zu machen, sich da anzumelden, das reinzustellen und so weiter, ist die Frage, ob es wirklich so das Beste war, was du mit deiner Zeit machen konntest. Dabei sprichst du es nach dem dritten, vierten Kauf und vor allem, weil du es deshalb erstellt hast, weil du ein Video darüber machen willst, werden Leute sowas schreiben wie, ah, das ist ja von KI erstellt und du nimmst zehn Euro dafür abzocker. Habe ich nämlich zum Beispiel bei Martin auch schon gelesen. Und sehr wahrscheinlich werden dann kurz über lange Leute eben diese Bücher auch gar nicht mehr kaufen. Das heißt, ich habe das Gefühl, was auch völlig in Ordnung ist, will da niemand anprangern. Aber die erste Idee war eigentlich eher, komm, Hauptsache, ich bringe ChatGPT dazu, mir irgendwie Geldverdien-Methoden auszuspucken, damit ich die ausprobieren kann. Und Hauptsache, wir machen ein Sale, weil dann habe ich ein gutes Ergebnis für ein Video. Das ist bei vielen, glaube ich, so der Anreiz gewesen. Und wenn man das Ganze jetzt noch einweiter spinnt, dann haben die Leute wahrscheinlich mit dem Video mehr verdient, als mit der Sache, die sie versucht haben, innerhalb von ChatGPT zum Geldverdienen zu benutzen. So, das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Oder es wird halt etwas komplett schön gerechnet. Habe ich ja auch schon in den letzten Folgen mal gehabt, so nach dem Motto, ja, so bei Upwork kostet das und das 300 Euro, ChatGPT macht das irgendwie in 30 Sekunden, also kann ich am Tag, keine Ahnung, 26.345 Euro verdienen. So, und die Leute haben dann einmal Geld über die Werbeeinnahmen vom Video und dann verkaufen die meistens noch irgendwie so einen Kurs, so nach dem Motto, Online-Geld für die Methoden und darüber kommt die Kohle. Aber nicht darüber, dass ChatGPT wirklich die geilen Sachen ausspuckt. Das ist so ein bisschen mein Resümee. Gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Wer aber tatsächlich gutes Geld gemacht hat, sind die Personen, die so ein bisschen den Bot genutzt haben und nicht irgendwie, okay, ich starte jetzt von null, was komplett neu ist, vielleicht auch für ein Video oder wie gesagt, um Leute zu beeindrucken, sondern die das Ganze genutzt haben als Assistenten. Oder auf die Meta-Ebene gehen und sowas wie Prompt-Schreiber. Habe ich einen Artikel gesehen, 300.000 Euro Jahresgehalt als Prompt-Schreiber. War ein großer Artikel, leider ein Plus-Artikel, ich glaube im Stern, Spiegel, Zeit. Einer dieser Zeitungen hatte da auf jeden Fall so die Headline. Und Prompt- oder Prompt-Listen. Prompts, so ganze Buffet-Listen, die dann für ein Zehner verkauft werden oder auch einfach nur, um Leads einzusammeln. Das könnt ihr euch auch mal merken. Wirklich gutes Geld verdient man vor allem dann, wenn man etwas nimmt, wo andere Leute Kohle für verlangen, es einfach Redesign ein bisschen besser macht, for free rausgibt, Leads einsammelt und dann selber den Upsell zu platzieren. Das ist eigentlich die smarteste Art und Weise, Geld zu verdienen. Früher gab es immer diese ganzen Kurse zum Thema Mindset. Was weiß ich, so musst du denken wie ein Millionär, kostet irgendwie 100 Dollar. Und dann kam jemand und hat gesagt, weißt du was, ich mache einfach das Ding for free. So, ich mache vier Videos for free oder ich mache eine PDF oder so. Hat die rausgehauen und damit Leads eingesammelt. So, beispielsweise habe ich vor vier Jahren oder so, als ich noch Social-Media-Content gemacht habe, immer diese PDFs gemacht zu Instagram-Strategien. Und damit haben wir unglaublich viele Leads für unsere Medienagentur aufgebaut. Also, ich weiß nicht, ob wir sie je richtig genutzt haben, weil das damals nicht meine ursprüngliche Intention war. Aber ich weiß auch, wenn so ein Video kam und da hatte ich ganz andere Klicks als jetzt. Also, da waren so 2000 Klicks, war schon wirklich crazy. Dann hatte ich hunderte von Nachrichten bei Insta. PDF, PDF, PDF. Und ich habe die dann rausgeschickt. Und dann musstest du, ich glaube sogar, wir haben die PDF manchmal so einfach rausgeschickt. Smarter wäre natürlich Landingpage, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, PDF for free. Tag später, jemand ruft an und sagt, hey, und hast du die PDF schon durch? Wie sieht es aus? Brauchst du Hilfe? Können wir dir was verkaufen? Das ist wahrscheinlich so die einfachste Art und Weise. So, und ich glaube, als ich das jetzt alles mal so ein bisschen die Woche über getestet habe, dass hier das wirkliche Geld liegt. Also, kurzfristig, klar, ist cool, irgendwie Chat-GPT zu fragen, ey, wie kann ich Kohle machen? Es ist auch cool, Übersetzer-Jobs, Landingpages und so weiter von Chat-GPT machen zu lassen und vielleicht zu verkaufen. Aber es wird nicht lange dauern und wissen die Leute, okay, das hat halt Chat-GPT gemacht. Also wird man dazu übergehen und wird eher so Prompts kaufen oder Befehlslisten. Damit kann man wahrscheinlich länger Geld machen. Oder ist sie jemand, der so gut sich auskennt, dass er irgendwann vielleicht sogar Workshops macht. Na, weil die Leute werden sich natürlich auch irgendwann fragen, hey, warum lasse ich nicht einfach selber die KI das machen? Warum kaufe ich sozusagen die Dienstleistung, wie jemand anders meine Website baut, wenn ich es auch selber kann? So, das heißt, diese Meta-Ebene-Leute werden, glaube ich, eh Merk verdienen. Okay, so, jetzt zu meinen Erfahrungen von der Woche. Der Unterschied zwischen 3.5 und 4. Also ganz wichtig, wenn ihr Chat-GPT nutzt, ihr müsst oben auf 4 schalten. Sonst automatisch ist erstmal das alte Modell an. Ist einfach, ist es komplexer und genauer. Du kannst bei Chat-GPT die Verhaltensweise festlegen. Dieses zum Beispiel, du bist jetzt ein Lehrer, der nachhakt und mir nicht sofort die Lösung gibt. Okay, frag mich ab. So, dann ist Chat-GPT dein Lehrer, so dein Sparring-Partner und du hast festgelegt, welche Verhaltensweise er hat. Nämlich er gibt dir nicht sofort die Lösung, sondern hakt lieber nach. So, die Limits, ganz klar, er fantasiert oder sie, wie auch immer, die KI, der Bot, fantasiert immer noch, ist nicht komplett weg, hat oftmals auch Fehlinformationen drinne und subjektive Meinung. Das ist aber eh die Tendenz der KI, weil ihr müsst euch überlegen, das sind ja eingespeiste Daten. Und natürlich, Schubladendenken ist für die KI erstmal leichter. Und bevor sozusagen, du nimmst etwas und die Person, die das einspeist, sagt dir nicht, das ist richtig, das ist falsch, weil die falschen Sachen hätten sie ja sonst direkt rausgelassen, sondern du gibst diese ganzen Infos und wenn drei Leute das behaupten, aber zehn das, dann wird wahrscheinlich die KI tendenziell sich zu den zehn stellen und sagen, das ist wahr. Und so ist natürlich die Meinung subjektiv, die Chat-GPT raushaut. Das nur nochmal so, das ist so mein erstes, so oberflächliches Resümee von dem Ganzen. Was haben wir jetzt in der Agentur gemacht oder wie kann man vielleicht auch selber das für sich benutzen? Erstens, wir haben ein paar Erweiterungen runtergeladen. Also vor allen Dingen habe ich das gemacht und ich bin gerade dabei, ein paar Leute zu überzeugen, das auch mal auszuprobieren. Ich sage direkt, wenn ihr es jetzt macht, ihr braucht ein bis drei Stunden, um euch ein bisschen reinzufuchsen. Aber diese drei Extensions, die ich euch vorstellen will, sind super. Und wie gesagt, Props nochmal an den Kollegen, der mir die teilweise bei Instagram zugeschickt hat. Das erste ist Internetzugang für Chat-GPT. Klingt jetzt irgendwie nach einer 6.0-Version, gibt es allerdings als Web-Chat-GPT. Das ist eine Chrome-Extension. Das heißt, du kannst dann GPT sagen, hey, verwende vor allem diese und die Quelle und bestimmte Daten kann sich Chat-GPT dann aus dem Internet holen. So, das ist schon mal ziemlich krass. Braucht man aber ein bisschen, bis man das selber so beim Nutzen sozusagen richtig versteht oder auch richtig nutzen kann. Das Zweite, was ich mir zwar geholt habe, aber wo ich mir nicht so sicher bin, ist Chat-GPT für Google. Das heißt, wenn du etwas googelst, macht sich rechts bei mir jetzt immer so ein Chat-GPT auf. Können wir auch mal zeigen an der Stelle. Und das ist ähnlich wie bei Bing, wenn du das schon mal benutzt hast. Da steht dann immer sozusagen, hey, willst du jetzt in den Chat wechseln und gib dir zusätzliche Informationen dafür. So, ist eigentlich ganz cool, aber kann auch schnell nerven, wenn du halt jemand bist, der viel googelt und dann öffnet sich das immer. Und zu guter Letzt die Erweiterung für One-Click-Prompts. Das ist allerdings eine, ich verlinke euch die sowieso alle unten drunter, AI-PRM for Chat-GPT. Also One-Click-Prompts. Das Ding ist, ihr habt dann immer in eurem Chat unten diese Prompts. Ihr könnt ausführen, wie viele angezeigt werden. Ich glaube, drei werden mindestens angezeigt. Und die helfen sozusagen, so ein bisschen diese J-Breaks direkt im Chat zu integrieren. Das sind die drei Sachen. Was ich auf jeden Fall sinnvoll finde, ist die Erweiterung Webchat. Weil so hat dein Chat-GPT-Internet. Das mit den One-Click-Prompts musst du halt gucken, ob du damit zurechtkommst. So, das habe ich mir erstmal alles besorgt und habe damit gearbeitet. Dann, für die Leute, die kein Geld zahlen wollen, ihr könnt es kostenlos bei Bing.com testen. Einfach den Chat auswählen, Chat-GPT. Und habt dann die Möglichkeit, auch schon sozusagen darauf Zugriff zu haben. Der, wer vielleicht auch einfach mal rein schloppern will. Und auf der OpenAI-Seite kann man sich sogar in so eine Warteliste eintragen, damit man es auch kostenlos kriegt. Also das einfach nur mal für die, die sagen, nee, ich weiß nicht, Premium will ich noch nicht raushauen. So, cool. Und last but not least, und dann komme ich zu meinem kleinen Erfahrungsbericht. Wer von dieser Bilderfunktion, also Chat-GPT 4 hat ja bald diese Bilderfunktion, wer das so ein bisschen schon mal abchecken will. Microsoft hat ein Projekt, das heißt Visual Chat-GPT. Da kann man Bilder einfügen und die KI beschreibt dann diese Bilder. Funktioniert mal mehr gut, mal weniger. Aber gibt ein, wenn man das mal sich angucken will, das ist ein Microsoft-Projekt, die machen eine Studie darüber, Visual Chat-GPT. Die machen, kriegt man einen Eindruck, wie das sein kann. Also du zum Beispiel, du nimmst echt ein Bild. Ich bleibe mal bei diesen veganen Rezepten. So, stellt euch vor, Fleischfresser Torben wird veganer. So, ich lasse mir von Chat-GPT eine Einkaufsliste machen und kaufe einen. Pack die Sachen alle auf meinem Herd. Ich packe die Tüten alle zu Hause aus, mache ein Bild davon, gehe dann später zu Chat-GPT, 4.5 Version oder 5er Version, lade einfach drag and drop das Bild von meinem Einkauf rein und sage, stell mir die besten Gerichte aus diesem Einkauf zusammen. Das könnte die KI. Das heißt, die würde dann sagen, okay, du hast hier Moorüben gekauft und Mais und Tofu und das und so. Und dann kann ich sagen, hey, mach mir die besten Rezepte oder mach mir die Rezepte, wo ich am meisten Meals rauskriege oder mach mir bitte für jetzt eins, was nur 5 Minuten dauert und für die anderen Tage aufwendigere ETC. Und das könnte die KI leisten. Das kann in dem Moment Visual Chat nicht von Microsoft, sondern das wird nur das Bild beschreiben. Also im besten Fall würde die KI sagen, ja, Moorübe, Tofu und so weiter. Und dann könntest du das nehmen und bei Chat-GPT reinladen. Aber ja, ihr wisst, wie ich meine. Das kann man sich einfach nur mal angucken, um so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist einfach meine Kundenprojekte. Also ich treue ja innerhalb unserer Medienagentur Kunden. Ich mache für die Branding-Strategien. Ich schreibe Skripte für die und so weiter. Und da habe ich mir in Chat-GPT einen Chat aufgebaut. Den zeige ich morgen in dem Workshop auch. Wie sozusagen die KI die Verhaltensweise von mir, meinen Schreibstil, meinen Duktus angenommen hat. Und ich habe das Wissen über die Algorithmen von heute, März 2023, reingeladen. Also ich habe quasi gesagt, hey, guck mal, momentan laufen Kurzvideos gut. Wenn du bei Instagram zwei am Tag postest, ist das besser als eins zu posten. Die Watchtime sollte immer besser sein als 85%. Ich benutze die und die Frameworks dafür. Immer dann die Hook, dann das, dann der Plottwist und so weiter. Und habe einfach ein paar Skripte von mir reingeladen und die KI immer wieder gefüttert. Und gesagt, okay, verstehst du das? Zeig mir mal, in welchem Framework ich das Ganze aufnehme oder zeig mir mal das Framework von diesem Skript. Und die KI hat verstanden. Und hat gesagt, ja, ich verstehe. Du hast immer einen baitigen Satz. Du hast immer dann das, dann das und so weiter. Und dann war ich irgendwann in der Lage, nachdem ich sozusagen den Assistenten trainiert habe, das ist wie so eine Einarbeitung von einem Mitarbeiter, war ich in der Lage, ihm, ihr zu sagen, mach mir Skripte, die so sind wie diese. Thema XY. Und das sind die Skripte, die ich in den letzten Tagen auf meinen Socials gepostet habe. Und das finde ich verblüffend. So, das habe ich für mich gemacht. Das heißt, ich habe die KI trainiert. Hat sicher einen halben Tag gedauert. Und habe auch immer wieder nachgefragt. Also du kannst auch immer wieder dem Chat sagen, hey, fass mir nochmal mein Framework zusammen. Fisch, dann sagt die zum Beispiel, gerade wenn es zum Thema Video geht, hat GPT sehr oft am Anfang gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, hier kommen wir zu einem neuen Video. Dann habe ich gesagt, lass die Floske weg. Erinnere dich daran, wir sind in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sehr gering ist. Der erste Satz muss catchy sein. Der Satz, sehr geehrte Damen und Herren, ist nicht catchy. Man sagt GPT, okay, habe verstanden. Ab jetzt keine Floskeln mehr. Dann schreibt ihr das Skript, dann sage ich, lass die Füllwörter weg. Da sind die Füllwörter raus. Und so habe ich die KI trainiert. Und jetzt schreibt die Skripte, die sind so, wie wenn ich sie selber schreibe. Und das finde ich nach einem halben Tag Training krass. Weil da kamen Sachen raus, da würde ich gar nicht dran denken, die zu googeln. Zum Beispiel, ich habe dieses eine Short, warum heißt Bluetooth Bluetooth? Und damit habe ich die KI trainiert. Ich habe immer wieder verbessert an dem Skript. Und dann habe ich gesagt, mach mir weitere. Dann sagt sie, hier sind weitere Skripte über Themen oder Themen, Objekte, Produkte, Redewendungen, die jeder kennt, aber die eine faszinierende Geschichte haben. Dann hat der erst so angefangen. Dann habe ich schnell Stop gedrückt. Habe gesagt, nur Internetthemen. Und auf einmal kam, warum heißt Wi-Fi, Wi-Fi? Warum und so weiter. Und dann ganze Listen. Und dann sitzt du hier, im besten Fall mit dem Doppelten, guckst, denkst du, das kann ja nicht sein. Da würde ich normalerweise natürlich ein bisschen für brauchen. Und ich hätte das jetzt vielleicht gar nicht gegoogelt, warum heißt Wi-Fi, Wi-Fi? Sondern da ist der Chat draufgekommen. So, das ist das eine. Dann für mich, für meine Socials, trainieren, schreibt mir Skripte, gibt mir coole Ideen. Dann bin ich übergegangen, auch für Kundenprojekte, und habe ausgehend von dem Chat das Ganze auf andere Themenfelder. Wir haben zum Beispiel eine Zahnarztpraxis, wir haben Bauunternehmer bei uns und so weiter. Und bin dann da rein, habe mit der Chat-GPT-for-Google-Funktion und der Web-Chat-GPT-Funktion, diesen Extensions, aktuelle Informationen reingeladen. Teilweise auch manuell, teilweise über die Extension. Und habe so GPT in die Lage gebracht, jetzt gerade zu verstehen, was überhaupt, beispielsweise im Thema Bausegment los ist, wo gerade die Ängste sind, die Wünsche, die Chancen. Und habe ausgehend davon mit meinem Framework Short-Videos produzieren lassen. Und das funktionierte. Das ist für mich eine viel krassere Geschichte, als zu versuchen, irgendwas komplett von Null neu zu machen. Weil das nimmt mir tatsächlich stundenlange Arbeit ab. So, das Nächste ist einfach Thema Brainstorming. Wir im Branding-Bereich, es ist halt so, wir haben unsere Sessions zweimal die Woche, treffen wir uns und machen reine Brainstorm-Sessions. Und ich habe jetzt gerade, da bin ich jetzt noch nicht final, aber ich möchte, dass GPT, ich mache das mit zwei Leuten zusammen bei uns in der Agentur, und ich möchte, dass GPT die vierte Person ist. Also ich versuche gerade durch Inputs, den Bot so weit zu kriegen, dass er versteht, wie wir brainstormen und dann selber die vierte Partei sein kann. Das heißt, man gibt sozusagen, und bald ist das vielleicht auch einfach möglich über Sprache, dann machst du, musst dir ja vorstellen, du machst dein Mikro an, der ist beim Meeting dabei, Stunde, ihr brainstormt laut, was wir ja eh tun. Also nicht, dass wir uns anschreien, sondern wir sagen das ja laut zu den anderen. Und dann machst du ein Bild vom Flipchart und hast dein Mikro angehabt, schickst das Bild noch rein und sagst zu GPT, und wie siehst du das? Oder hast du noch was zu ergänzen? Und er wird was sagen. Das ist das Zweite, was wir gerade probieren. Das Dritte ist, auf der Metaebene dieses Brainstorm, Themenfindung, Skripte schreiben, Verhaltensweise auf einer Metaebene so zusammenzufassen, dass wir unseren Kunden das geben können, dass die selber GPT trainieren können. Dass GPT diese manchmal doch stumpfe Arbeit, vielleicht auch einfach Dinge runterzuschreiben, für einen abnimmt, könnte man auch wieder als Dienstleistung verkaufen. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber Promptlisten, Verhaltensweisen, das sind Dinge, das ist wie, ich versuche mal, spontane Analogie. Ich habe ja früher viel World of Warcraft gespielt. Und ich weiß, dass das bei Ego-Shooter-Spielern auch so war. Die Pro-Gamer hatten immer bestimmte Add-ons und bestimmte Einstellungen. Ich war, was das angeht, ich war da komplett crazy. Also ich habe meinen Monitor, die Auflösung verändert, DPI bei der Maus, Helligkeit hoch. Also mein Monitor, der neuste Monitor, hat mir ein Bild angezeigt, wie aus 1995 oder so. Naja, wenn ich UT 2000 gespielt habe, ich habe mir irgendwie die Köpfe nicht so normal angezeigt, sondern irgendwie so eckig und die sahen aus wie so eine Atari-Grafik. Aber man konnte die dann irgendwie besser treffen. Und da diese Packs, Add-on-Packs und Setting-Packs und so weiter, die waren richtig rar. Also man hat da wirklich so ein Ding draus gemacht. Na, später, klar, wurden die so verschickt und so weiter. Aber ich weiß noch, wie ich auf so einer Alarmparty zu einem hin bin und gesagt habe, ey, würdest du mir deine Maus-Settings geben? Und es war richtig so, als würde der da so seine Geheimnisse offenbaren. Am Ende des Tages muss ich ja trotzdem irgendwie so selber klicken. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das war richtig so, ey, würdest du mir das geben? So, ich würde mal gerne mit deinem Maus-Settings spielen. Meistens kamst du eh nicht mit zurecht, weil du hattest dich an deine Geschwindigkeit und so weiter gewöhnt. Aber du hattest irgendwie das Gefühl, okay, so spielt der beste Spieler auf. Und ich denke, dass das ein großer Markt wird. Die KI wird kommen und für 99% der Leute wird die funktionieren, für alltägliche Dinge und so weiter. Aber wenn du die KI trainierst, also selber noch trainierst, weil das sind Daten, die kann niemand anders der KI geben. Weil die KI wird immer ein Sammelsurium von Informationen sein. Und das ist so eine große, das ist so eine Mischung aus Bibliothek und sehr fleißiger, nie müde werdender Assistent. Und du selber hast aber immer dein Duktus, dein Schreibstil, du hast immer so deine Art und Weise. Und wenn du das der KI beibringst, Thema Kontext war so letztes Mal, aber jetzt noch so dieses Verhaltensweise und wie du denkst, dass du sozusagen es schaffst, dass die KI so denkt wie du. Und einen Schritt vielleicht sogar noch weiter, die versteht, wie du denkst und gib dir vielleicht einen zusätzlichen Input, den du nicht lieferst. So zum Beispiel, was weiß ich, jemand denkt sehr emotional und die KI sagt, okay, das ist der objektive Part dazu. Da sehe ich unglaublich viel Benefit, da sehe ich unglaublich viel Geld, diese KIs zu trainieren, zu verstehen und vielleicht solche Packs, Settings, Promptlisten weiterzugeben. So für wirklich sein tägliches Arbeiten, Workshops zu geben und so weiter. Was jetzt bald kommt, ist die Bilder- und Musikfunktion, also dass du wirklich das einbinden kannst. Wie gesagt, GPT-4 kann Memes interpretieren, Witze verstehen und so weiter. Dann kommt von Microsoft Co-Pilot, ist auch unglaublich spannend, werden wir auch sofort bei uns in der Agentur nutzen, weil das heißt, dass du Chat-GPT in Excel, Word, PowerPoint drin hast. Direkt im Programm. Also nicht mehr wechseln von GPT zu Word, Copy-Paste, sondern du hast es direkt drin. Das heißt, du schreibst einen Text und an der Seite, ähnlich wie wenn du diese Extension für Google runterliest, also Chat-GPT für Google, willst du an der Seite einfach so ein Ding haben, so Chat-GPT, lest mit, versteht, da sagt dir vielleicht direkt was, nicht nur Rechtschreibkorrektur, sondern sagt dir was zu dem, was da steht. Oder du kannst einfach den Text nehmen, und schreibst zu GPT, mach mir eine PowerPoint draus. Zack, hast du eine PowerPoint. Das ist crazy. Also Co-Pilot, tragt euch da auf jeden Fall ein in Wartelisten, Betas, probiert das aus, das wird krass. Das ist angelehnt an GitHub Co-Pilot, der auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn ich allein nur daran denke, du kannst es auch in Outlook drin haben, dann kommt irgendwie so eine Mail und du hast die KI trainiert und klar kannst du auf diese Standardantworten drücken, so hey, sehr freundlich, danke für die Info, aber nein, hier kannst du wirklich, ohne dass die Person weiß, dass es eine KI war, sagen, hey, antworte bitte in meinem Stil und sag freundlich ab. Das ist crazy. Und es kommt, genau, der Business Chat in Microsoft Teams, so eine Art virtuellen Assistenten, den Microsoft damit aufbaut. Ich glaube, das ist so ein bisschen die technische Umsetzung von dem, was ich jetzt eh gerade erzählt habe. und auch weitere Plugins. Auch da kann man sich auf Wartelisten setzen, Expedia zum Beispiel, Reisepläne, Infos erweitern, Instacart, Kajak für Flüge, Klana hat auch schon eine Integration, Preisvergleich, Open Table, Restaurantempfehlungen und so weiter und so weiter. Das wird alles kommen. Zusammengefasst, versucht, oder das ist mein Take-off, das Ganze, versucht etwas wegzugehen von ich nutze GPT für etwas komplett Neues, versucht nicht unbedingt den Aha- und Oha-Effekt von Leuten zu erhaschen, für irgendwie, guck mal, was ich damit gemacht habe, sondern ich glaube, die Zeit ist tatsächlich besser investiert, zu überlegen, für das, was ich eh schon mache, wie kann ich das benutzen, um es besser, effektiver zu machen? Wen ersetzt dieser Assistent? Ich meine, guck mal, ich habe selber in meinem Unternehmen lange Zeit, also ich habe jetzt eine Assistenz seit drei Jahren oder so, die mir zuarbeitet, für mich Pakete abholt, Zopp-Post bringt, Mails macht und so. Wenn ich mir überlege, ich hätte als Student einen Assistenten gehabt oder eine Assistenz, ich hätte als junger Selbstständiger so in meinem ersten Jahr jemanden gehabt, der das alles für mich macht, das ist so viel Zeit, die ich dadurch gespart hätte und das ist einfach Realität. Ja, es ist noch begrenzt, auch 25 Eingaben, jede Stunde und so weiter, aber sind wir mal ehrlich, die meisten kommen da eh nicht ran. So, wenn man sich wirklich hinsetzt und überlegt, wie kann ich es nutzen? Die ersten Tage habe ich trainiert und habe auch wirklich also stundenlang da irgendwie rumgeschrieben, zum Beispiel heute, ich nehme jetzt hier gerade den Podcast am Montagabend auf, heute habe ich vielleicht im Chat GPT vier oder fünf Sachen, aber die waren sofort on point. So, weil ich brauchte heute vier, fünf Sachen und da habe ich sofort das da eingegeben und hatte das und konnte weitermachen. Was mich sonst, also es hat mich so vielleicht fünf Minuten gedauert und sonst hätte mich das heute vielleicht eine Stunde gedauert. Und das sind 55 Minuten. die kann ich chillen, kann ich in meine Arbeit stecken, was auch immer. Das ist mein Take fürs alltägliche Arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Tools geben, konnte auch nochmal von letzter Woche so ein bisschen was zeigen, was wir da nicht zeigen konnten. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Von euch aus gesehen, morgen Abend ist der Workshop, kommt gerne vorbei. Wer wissen will, wie man Content damit erstellt und so weiter von unserer Agentur, wie gesagt, komplett kostenfrei. und ja, das war's von der heutigen KI-Folge. Ich wünsche euch einen guten Espresso. Ich hoffe, ihr habt noch eine geile Restwoche. Ich freue mich, euch morgen Abend zu sehen. Meine Stimme klingt nicht mehr ganz so gut und deshalb hören wir jetzt auch auf. Okay. Das war's an dieser Stelle mit der Podcast-Folge. Kein Kaffee mehr, keine Jazzmusik, außer du hast selber welchen zu Hause und hörst welche. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich diesen Kanal abonnierst, wenn du mir ein Like da lässt. Lass uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich bin auch immer offen für Themenvorschläge und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder. Ach ja, bevor du jetzt wegschaltest, werde ich dir an dieser Stelle noch eine Folge verlinken, die dir vielleicht auch gefällt.